Hallo, da bin ich wieder, eure Sabine Blumenthal. Erkrankungen und Schutz der Augen Heute geht es noch einmal um unsere Augen. Unser wichtigstes Sinnesorgan ist vielen Gefahren ausgesetzt. Deshalb erfährst du in diesem Video etwas zu möglichen Erkrankungen und natürlich, wie du deine Augen davor schützen kannst. Am Ende des Videos kennst du Gefahren für die Gesundheit der Augen, weißt über die Bindehautentzündung Bescheid und kennst Maßnahmen zum Schutz der Augen. Ein bestimmtes Vorwissen ist für das Verständnis des Videos nicht unbedingt nötig. Es ist aber hilfreich, wenn du dich mit dem Bau des Auges bereits beschäftigt hast. Erkrankungen der Augen Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com www.sofatutor.com